Wenn man hier kommt, dann spürt man gleich eine stille und konzentrierte Stimmung. Viele sagen so, wenn sie einmal durch das Toa hineinkommen, dann spüren sie diese Energiestimmung des Hauses, des Kautens. Das ist die Grundlage, wenn jemand hier kommt und einen Kurs teilhaben möchte. Aber auch unabhängig von welchem Kurs kann man hier genießen und hier zu sein in der Stille. Und erholen, sich erholen, aber doch in der Klarheit. Der Tagesablauf ist so verschieden bei den verschiedenen Kursen. Einmal eine sehr dochere Art gibt es auch. Spazieren in der Wand oder im Garten, auf dem Liegestuhl hinlegen. Die Sonne genießen. Oder ein bisschen mehr meditieren. Oder noch mehr, strenger, früher aufstehen und mehr meditieren. Aber insgesamt, unabhängig von solchen Intensitäten der Kursen, sondern hier zu sein an sich. Eine Erholung in der Stille. Das ist wie eine Nahrung, wie Musik. Musik gibt uns Kraft oder Trost oder Freude oder alles insgesamt Gemüse. Hier eine Musik der Stille. Da kann man sich hier selbisch, geistig erholen und genießen einfach hier zu sein. Das bietet viele aus. Ja, und da gibt es vier Systemkurse. So möchte ich sagen. Mal bitte hier kommen und schön in der Artur Garten sein. Mal bitte hier kommen. Mal bitte. Mal bitte. Mal bitte. minced, im Vielen Dank.